Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, BaFin weist erneut auf Warnungen vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen hin. Die BaFin weist erneut auf nicht lizenzierte, unseriöse Online-Plattformen hin. Der BaFin werden nach wie vor Fälle bekannt, bei denen Verbraucher im Internet auf vorgeblich seriösen Online-Plattformen dazu veranlasst werden, zum Teil hohe Geldsummen in Geschäfte mit finanziellen Differenzkontrakten, also CFDs, auf Rohstoffe, Aktien, Indizies, Währungen, Forex oder Kryptowährungen zu investieren. Die Verbraucher werden von Mitarbeitern der Online-Plattformen angerufen und aggressiv dazu aufgefordert, immer höhere Summen zu investieren. Einmal investiert, versuchen die Verbraucher in der Folge vergeblich das Geld wieder zurückzuerhalten. Ihr kennt das Thema hier von diesem Kanal ja eigentlich zu Genüge, doch dem Anschein nach fallen noch immer viel zu viele Menschen auf diese Masche herein. Die BaFin warnt bereits seit 2018 gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und mehreren Landeskriminalämtern vor betrügerisch agierenden Online-Handelsplattformen. Auch zu den im Auftrag dieser Plattform handelnden Geldsammelstellen wurden 2019 eine Warnung veröffentlicht. Die BaFin nimmt die erneute Eingabe zum Anlass, nochmals auf diese Warnung hinzuweisen. Ich habe euch die wichtigsten Punkte hierzu einmal nochmal zusammengefasst. Was kann man tun, um sich zu schützen? Sei misstrauisch bei Angeboten, die eine sichere Anlage, eine garantierte Rendite, dazu hohe Gewinne und oder ein nur sehr geringes Risiko versprechen. Misstraue Bonusversprechungen und Erfolgen auf Demokonten. Bevor du Gelder investierst oder eine Anlage tätigst, ist zu empfehlen, sich umfassend zu informieren, gegebenenfalls auch bei unabhängigen Organisationen, wie zum Beispiel der Verbraucherzentrale. Achtet bei Anlageangeboten im Internet darauf, ob ein Impressum angegeben ist. Wer ist dein potenzieller Vertragspartner und wo hat er seinen Sitz? Handelt es sich um ein von der BaFin oder einem anderen Land lizenziertes Unternehmen? Dies kannst du über die Unternehmensdatenbank der BaFin oder über entsprechende Seiten ausländischer Aufsichtsbehörden abfragen. Außerdem veröffentlicht die BaFin Unternehmen, denen das Geschäft bereits untersagt wurde, auf ihrer eigenen Internetseite. Achtet bei eurer Internetrecherche zu der korrekten Handelsplattform oder zu der konkreten Handelsplattform auch auf Warnhinweise ausländischer Behörden. Misstraut unbedingt sehr positiv formulierte Berichte oder eben Gedankengänge. Das könnte von den Betrügern auch manchmal selbst geschrieben sein, wenn es sich wieder zu schön anhört oder zu schön liest, um wahr zu sein. Dies sind häufig von den Handelsplattformen selbst verfasste oder eben in Auftrag gegebene Texte, die man dort dann lesen kann. Sei bei unaufgeforderten Anrufen im Zusammenhang mit Anlagenangeboten immer skeptisch bzw. leg am besten einfach auf. Denn das beste Angebot kann euch sicherlich eine vertrauenswürdige Bank machen. Lasse dich nicht auf Beratungsgespräche mit Unbekannten ein. Vorsicht bei Hilfeangeboten. Häufig geben sich Betrüger, die ihre Kundendaten erworben haben, als Samariter aus, die euch dabei unterstützen wollen, euer verlorenes Geld wiederzuholen. Oft geben die Täter auch vor, von vertrauenswürdigen Stellen wie zum Beispiel der BaFin beauftragt oder sogar dort beschäftigt zu sein. Seid misstrauisch und kontaktiert bei Verdacht die Polizei und oder die BaFin. Vom Prinzip läuft dieser Telefonbetrug meistens ja gleich ab. Man kennt es ja nicht anders. Zumindest hier auf diesem Kanal habt ihr für diesen Bereich nun schon unglaublich viel gehört. Aber das passiert, es läuft immer wieder nach dem gleichen Schema ab. Ihr registriert euch auf einer unseriösen Seite, wie zum Beispiel die Höhle der Löwen. Die Höhle der Löwen ist eigentlich eine vertrauenswürdige Fernsehsendung aus den Öffentlich-Rechtlichen, wo man als Start-up-Unternehmer, also junger Unternehmer, hingehen kann und dort vor, naja, im Fernsehen wird es so dargestellt, als wären es Millionäre, die dir dann Geld geben könnten. Das sind ganz normale Beziehungen. Denn wer sich selbstständig macht, hat natürlich nicht immer das Geld auch dazu. Firmen oder Produktionsstraßen oder auch die Entwicklung von irgendwelchen Programmen oder Apps kosten teilweise tatsächlich mehrere Millionen Euro. Und auch ein Büro muss irgendwie finanziert werden, vor allem auch die ganzen Angestellten. Naja, und darauf baut diese Fernsehsendung auf. Betrüger machen sich das zunutze und reiten auf dieser Werbewelle. Die Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich, heißt es zum Beispiel. Investieren Sie noch heute 250 Euro und erhalten Sie in 14 Tagen bis zu 2,5 Millionen Euro. Das ganze Spielchen gibt es natürlich auch abgewandelt mit anderen Texten, auch mit anderer Werbung. Allerdings, tja, hat dies immer nur ein Ziel. Und zwar, euch auszunehmen und nicht euch Geld zu schenken. Denn niemand ruft einfach so bei euch an, um euch mal eben ein paar hundert oder ein paar hunderttausend oder sogar Millionen Euro irgendwie zu erwirtschaften. Oft ist es auch so, wenn man sich auf diesen Trading-Plattformen angemeldet hat. Das heißt, nicht über eine Werbung gekommen ist, sondern sich direkt auf einer Handelsplattform anmeldet. Das habt ihr hier teilweise schon in den Videos gehört, dass ich auch andere Namen benutze. Das war dann nicht der Herr Steiner, sondern Herr Lümmeltütchen zum Beispiel. Der Herr Lümmeltütchen hat sich auf jeden Fall nur auf einer Handelsplattform direkt ohne Werbeweg angemeldet. Komischerweise rufen danach immer wieder neue Firmen für den Herr Lümmeltütchen an. Nicht die breite Masse auf einmal, allerdings so langsam vermehrt nach und nach wird der Herr Lümmeltütchen gefragt. Was auf jeden Fall dafür spricht, dass ich ganz genau weiß, welche Firma diese Daten verkauft hat. Oft ist es auch so, dass die Betrugsfirmen, wenn man sie denn so nennen mag, aus Call-Centern agieren. Also in den allermeisten Fällen auch tatsächlich. Allerdings ist es technisch kein Problem, aus einem Call-Center hunderte Webseiten zu betreiben. Dies ist mir auch in der Vergangenheit ziemlich oft aufgefallen, dass viele Betrugsseiten dieselben Systeme verwenden. Und auch andere viele Betrugsseiten wieder dasselbe System verwenden. Und ganz oft, das habt ihr auch hier in den Videos schon sehr, sehr oft bemerkt, dass die Mitarbeiter sich hier alle gleich anhören. Ja, das kann zum Teil an deren Landessprache liegen oder eben wo sie herkommen. Oder dass halt eben Frauen mit besonders quietschiger Stimme gefragt sind, das weiß ich nicht. Allerdings, tja, haben wir hier auch selber schon die Gabi Winter als Nadja oder wie auch immer schon gehört. Und naja, wenn man sie denn darauf anspricht, ob sie nicht mal Gabi Winter hieß, dann wird halt einfach gleich aufgelegt, weil hier der Betrug dann aufgefallen ist. Und auch wenn dieses Thema für euch jetzt hier im Großen und Ganzen nichts Neues war, hoffe ich doch, dass der ein oder andere dabei war, der heute wieder was Neues lernen konnte oder zumindest dafür sorgen kann, dass die Umgebung in der Familie aufgeklärt wird. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Betrugsmaschen betroffen sein. Klar ist natürlich, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir alle nie ganz verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Aktuell ist auch eine freie Lizenz auf den Videos hinterlegt, sodass ihr hier auch direkt unter den Videos die Lizenz dazu habt, dass man die Videos eben auch frei verwenden darf und eben auch Teile meiner Videos benutzen kann. Ich wäre hier lediglich über einen Hinweis und eine Verlinkung zu meinem Kanal ganz dankbar. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst du keine neuen Videos mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, ist ein Daumen nach oben auch immer sehr hilfreich. Und wenn du magst, dann findest du jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!